Ja, es ist immer wieder schön hier zu sein. Ich glaube, wir haben eine tolle Umgebung, es ist eine tolle Location. Ja und ich glaube, es ist nicht selbstverständlich für einen Zweitligisten ein Trainingslager hier so absolvieren zu dürfen. Vielen Dank, dass wir wieder Gast sein durften zum bisherigen Trainingslager in diesem wunderbaren Haus. Es hat uns wieder großen Spaß gemacht, große Freude bereitet. Wir hatten Top-Bedingungen und dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. Es freut mich ganz besonders, dass wir in diesem Jahr zusätzlich zur Mannschaft auch die Sponsoren vom KSC hier bei uns im Trainingslager begrüßen dürfen. Ich hoffe natürlich, dass sich alle wohlfühlen bei uns, dass alle happy sind, hier direkt mit der Mannschaft Zeit verbringen zu können, beim Training zuschauen zu können, die Jungs hautnah erleben zu können und dass auch alle viel Spaß bei unserem Rahmenprogramm haben. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ich im Laufe des letzten Jahres aus unserer Kooperation schon richtig gute Verbindungen und auch Freundschaften entwickelt habe. Ja, bei unserer Kooperation treffen zwei Premium-Produkte zusammen, schaffen Synergien und ergänzen sich hervorragend. Ich freue mich natürlich als Euro-RD-Edgar Schmidt, Markenbotschafter für dieses tolle Unternehmen, für dieses tolle Hotel hier in Österreich zu sein. Vor allem, weil die Philosophie mit meinen Werten übereinstimmt. In der Region fühle ich mich wohl. Insgesamt ein tolles Gesamtpaket. Wir freuen uns heute schon, wenn wir nächstes Jahr wieder nach Neukirchen anreisen dürfen. Es passt einfach. Ich wünsche uns jetzt allen gemeinsam viel Spaß und viel Erfolg für die kommende Saison.